Yo, yo, was geht ab? Ich bin der Baker am Start und heute macht den Dropper. Heute spielen wir den Dropper mit dem lieben... Luke, hi. Wie bist du denn? Ah, ja. Der Dropper ist wirklich eine uralte Map, habe ich wirklich früher mal gesehen, aber nie richtig gespielt. Ich glaube, ich hasse sie sogar schon mal im Singleplayer, aber irgendwie habe ich da hart verkackt. Hoffenwahl, diesmal scharf ich es, aber lesen wir uns doch erstmal durch. Welcome to the Dropper, also willkommen zu the Dropper. Das erste Ziel ist, man sollte die Fälle, also wenn man runterfällt, überleben. Und die zweite, und die erste Regel ist, man darf keine Blöcke kaputt machen. Von dem lieben Bickre, sprich ich mal den Bickre aus? Bord oder so, keine Ahnung. Importen, Video Settings, Rundestins, Far. Ich glaube, ist das drin? Ach, ich glaube, ich habe so verkackt, so oder so, da bringen wir diese Importen Sachen eh nichts mehr. Graphics, Power, Power, Saver, nee, brauche ich alles nicht. Bleiben wir noch bei 1.5, wir sind momentan bei der 1.8.8 online, aber ich glaube, das macht nichts. Hoffen wir doch mal. So, Set Day natürlich und Set Spawn. Oh, da ist Edgar. 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 Schubst nicht runter, Edgar. Nein, der hat Edgar getötet. Nein. Oh nein. Ruhesang, viel Glück. Oh Gott, oh Gott, der muss ja immer noch gerade runterfallen, oder? Oh Gott, da muss die... Da war ein Loch, scheiße. Dritter Versuch, bitte. So unfähig kann auch kein Lolli sein. Ja, boah, hat gedauert, aber ich habe es geschafft. Wollen wir noch mal. Zweiter, bist du bereit? Was ist das Bonus? Oh Gott, was ist denn das? Wo muss ich überhaupt hin? Wo ist das Wasser? Oh Gott, boah, ich auch. Da ist die Tru, 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 Tru. Ja. Ich habe es. So, erstmal schön mein Ender-Chest packen. Dann noch wieder die Set Spawn Point. Oh Gott, was ist denn das denn? In the middle. Oh Gott, ich bin einfach runtergefallen. Ich auch. Nein. Oh Gott, wo muss ich denn da hin? Achso, da ganz unten ist Wasser. Das Wasser ist richtig gut versteckt. Respekt. Nein. Boah, das war knapp. Komm, meine Arme, komm. Nein. Oh. Nur ein Block daneben, ich hätte es uns aufgefangen. Ja. Ja, you got it. Und alle, die es noch nicht wussten, ihr könnt auch gerne mit mir aufnehmen, falls ihr Lust habt, schreibt mir doch einfach mal an oder kommt auf den Teamspeak, die unten in der Beschreibung ist, der DTS IP. Was ist das denn hier? Das sind Autos, oder? Achso. Seine Autos waren. Oh Gott. Ja, das war das falsche Blaue. Verdammt. Oh, du hast mich mit teleportiert. Oder hast du mich teleportiert? Du hast mich richtig teleportiert. Oh, fast try. Das war gar nicht mehr so schwer. Ich muss die Truhe finden. Wo ist die Truhe? Komm, wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Ich hab die Truhe verloren. Ah, ich hab sie. Ich seh sie. Ja. Ja. Boah. Ich, das will ich noch mal ein Replay hier sehen. Das war richtig close. Das war übel close. Heftig. Gut. Was ist das hier? Oh Gott. Hier sind welche Zeichen. In welche Zeichen? Ich bin gespannt, was wird das? Some holes are closed. Oh nein. Zack, 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 zack. Ich glaub, das schaff ich sogar. Achso, die Kreise waren die falschen. Ups. So, also für einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Oh, ich hab's geschafft. Ich fall's in den Kackorfen rum. Nein, ich hab die Boote kaputt gemacht. Ich mach die Boote kaputt für dich. Was? Das sieht aber ganz schön geil aus, muss ich sagen. Respekt an den Bauer. Das kann echt gut sein. Erstmal hier so einen wunderschönen Screenshot, damit ich... Ich weiß nicht, ich mach's aber so. Jetzt mach ich hier, in meinem Videoschleiderprogramm. Klick! Und dann wird euer Thumbnail, Leute. So macht man das. Pssst. Oh Gott. Oh Gott. Nutvision in der Hölle ist richtig schrecklich. Oh Gott. Human Heart? Was ist hier? Wo bin ich hier? Okay, ich will nochmal. Ey, das war richtig geil gebaut. Aber Hölle. Ah, mein ganzer Bildschirm ist rot. Dafür bekomme ich Augenkrebs. Wie es aussieht. Oh mein Gott. Scheint weg hier. Ich will diese Scheiße hier rein. Weg. In der Hölle. Keine Ahnung. Bin ich hier gelandet? Ich bin in der Matrix gelandet. Heilige Scheiße. Oh, ich mach... Oh mein Gott, ist das geil. Ich will nochmal. Das ist hier mal mega episch. Oh, ich will nochmal. Die Matrix. Heilige Scheiße. Oh, das ist geil. Ich will aber jetzt wieder zurück. Dreimal reichte auch. Sie war mega heftig aus. Respekt an der Stelle. Oh Gott. Oh Gott. Wasser. Ja. First Try. Oh, ich hab's geschafft. Game over. Ich hab's geschafft. Ja. Ja. Willow Beat is natürlich, wer ist es beschaffen. Was ist das? Oh Gott, das ist ja richtig witzig. Ja, will wir sagen, das hier ist die unendliche Matrix. Will wir sagen, bis zum nächsten Mal. Soll ich dich irgendwie verlinken? Hast du irgendwas zum verlinken? Oh, nicht. Nichts da. Falls ihr auch mit mir aufnehmen wollt, einfach in die Kommentare schreiben oder auf dem teamblaze.e testjoin. Damit chill ich will ich immer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Lolli.